Vermögensabgabe betrifft in der Regel größere Vermögen. Ist klar, diese Vermögen werden anhand von Bandgut haben oder Immobilien bestimmt. Tja, ist das der Punkt? Wie sieht das konkret aus? Das Lastenausgleichsgesetz in Deutschland 23 und 48 gab eine Zwangshypothek auf Immobilien. Der Wert des Hauses wird angesetzt und von diesem Wert wird Ihnen ein Teil als Hypothek auferlegt. Die Sie an den Staat zu entrichten haben. Das merken Sie aktuell nicht direkt, weil Sie kriegen ja nur eine Grundschuld eingetragen. Und jetzt können Sie mal überlegen, eventuell hat der Mikrozensus, der vor Zeiten durchgeführt wird, und der Europazensus, der jetzt dann durchgeführt wird, vielleicht sind das schon Anzeichen, die auf so ein Vorgehen hinzeichen. Müssen Sie selber bewerten, ist eine Enteignung realistisch? Grundsätzlich müssen Sie darauf achten. Bitte machen Sie sich die aktuelle politische Lage klar. Wir leben nicht in normalen Zeiten. Die öffentliche Diskussion 2020 fordert Vermögensumverteilung nach der Corona-Krise. Wir sehen uns bei zwei Einden. Genau. Die öffentliche Diskussion 2020 für eine großeARRATORe undfeierende von Spiritismus. Vielen Dank.